Oh shit, Skorpion! Diese scheiß Granaten nerven mir extrem! Kabüm! Oh! Shit, shit, shit! Oh Gott! Haben wir nicht den Spear? Takedown Spear! Get over here! Wieso geht der daneben? Das muss mir mal einer erklären Das kann ich nicht verstehen Jetzt ist nicht geduckt Hau ab Kann ich also nicht mal aufhören? Wow! Egal X-Ray-Ready Boah, kommt der losgeschossen Ja Das ist beeindruckend Zack, was haben wir noch für Kombos? Da muss man immer mal leider gucken Ähm Die ist ganz nett Jawohl Skorpion ist nie mein Main-Charakter gewesen Ab und zu mal gespielt Aber mehr Sub-Zero natürlich Das ist ein Ende Immer schön aufs Füßchen Oder auch nicht Haben wir denn noch? Äh, Takedown haben wir Lass dir Und dann? Das ist ein Ende Ja, der hat wirklich schnelle Schläge, die nach vorne gehen Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Sonja. What? Ich weiß noch nicht mal, was ich gemacht habe. Das ist witzig. Wir haben eigentlich noch viel, viel, viel mehr Sachen. Ein Teleport. Das gibt's doch nicht. Erwischt. Nicht ihr Feind, General Blade. Pfeif deine Männer zurück. Wenn du unsere Freundschaft schätzt, gibst du mir Quan Chi. Oh, Johnny Cage ist der Nächste. Pfeif deine Männer zurück. Ja, Vulva. Wenn man mit Skopje mal spielen könnte, das wär nett. Ei, ei, ei. Müssen wir halt so rangehen. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Knack, knack, knack. Komm her. Komm her. Das ist ein Ende. Geblockt. Zack, der nächste sitzt. Und dem Speer. Komm schon, der Speer muss doch einmal sitzen. Zack. Zack. Zack, wunderschön. Au. Wow. Wow. Was haut der hier für eine Kombo raus? Das ging gerade noch mal gut. Nur Quan Chi's Tod kann meine Wut stillen. Hanzo, nein. Du hast dir das Vertrauen der Shirai Ryu verdient. Wirf es nicht weg durch den Mord an einem greisen Zauberer. Dieser greise Zauberer ist der Schöpfer meines Leids. Das ist ein Ende. Meister Hasashi, ich bin froh, dass ihr kamt. Dann sprich. Ich will hier nicht verweilen. Ihr baut die Shirai Ryu neu auf, so wie ich die Lin Kuei umstrukturiere. Wir lassen die dunkle Vergangenheit unserer Clans hinter uns. Verschreiben sie dem Schutz des Erdenreichs. Das gemeinsame Ziel gibt uns die Möglichkeit, alte Feindschaften zu beenden. Von vorne zu beginnen. Du gestehst, was du so lange abstritzt? Dass an den Händen deines Clans das Blut der Shirai Ryu klebt? Das Blut meiner Familie? Unsere Ehre ist wahrlich beschmutzt. Bitte setzt euch. Nachdem wir von der Kontrolle Quan Chis befreit wurden, suchte ich meinen Clan auf. Ich hoffte, die Rebellion hätte die Pläne des Großmeisters vereitelt. Aber Sektor hatte die Vision seines Vaters verwirklicht. Die Lin Kuei waren vollständig cyberisiert. Ich schwor Sektor und seine Gefolgsleute zu töten, die Lin Kuei zu reformieren, unsere Ehre wiederherzustellen. Ich interessiere mich nicht für Lin Kuei-Probleme, Sub-Zero. Nachdem ich Sektor endlich tötete, fand ich heraus, dass die Lin Kuei ihre Ehre nicht erst mit der Cyber-Initiative verloren hatten. Sondern schon lange zuvor. Es wird kein Frieden geben, Skorpion! Frost! Die Lin Kuei sind immer noch ehrlos! Meister Hasashi, wartet! Worauf? Noch mehr Verrat! Ich hol mir deinen Kopf! Ach du Scheiße! Das ist also mit Sektor passiert. Ich hab mich schon gefragt, wo bleibt mit Sektor? Stimmt. Das mit den Lin Kuei stimmt total. Aber Frost hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, ich muss mich konzentrieren. Oh, der kann das Ding auch werfen? Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, was gerade abgeht. Ich spiele zu viele Charaktere momentan. Geblockt, du Arsch! Ah! Oh, ich rette mich gerade noch so durch. Ah, verdammt! Ist nicht. Ist nicht wahr! Das gibt's einfach nicht. Oh mein Gott, ey! Ey, blockt der alles? Jetzt geht's aber los, ey! Das gibt's gar nicht gerade! Wow! Wow! Boah! Oh, ich bin zu voll. Komm her! Gut so! Komm her! Komm her! Oh, da kommt immer mehr! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Ne, ist nicht. Neh mal, wenn du hinkommst, du hast ein paar geschmiert. Was denn? Unsere Geschichte endet nun, Sub-Zero. Was soll das? Ich rief euch nicht, um euch zu verraten. Frost ist stark, ihre Urteilskraft nicht. Sie versteht die Weisheit des Friedens nicht. Ich kümmere mich um sie. Du sprachst von der verlorenen Ehre der Lin Kuei. Über Jahre dachte ich, ihr würdet meinen Clan fälschlich des Mordes an eurer Familie und an eurem Clan beschuldigen. Aber Sektors Cyber-Erinnerungen deckten die Wahrheit auf. Die Lin Kuei müssen sich an die Abmachung halten, Sektor. Der Großmeister gab Shinnok sein Wort. Shinnok spricht nichts als Lügen. So wie ihr. Meine Bezahlung wird fällig. Ich habe die Shirai Ryu ausgerottet, wie abgemacht. Hanzo Hasashi lebt. Er ist euer Geist, Scorpion. Ich habe Scorpion aus der Seele Hasashis erschaffen, nachdem er starb. Die Vereinbarung wurde eingehalten. Nur der Worte, nicht ihrer Bedeutung nach. Ihr kriegt nichts. Harumi Satoshi. Hätte ich gewusst, welche Rolle mein Clan bei der Ausrottung der Shirai Ryu spielte, wäre unsere Geschichte anders verlaufen. Ich tötete deinen Bruder, weil ich dachte, er... Quan Chi ist verantwortlich für Bi-Hans Tod. Sektor lag falsch. Es gibt noch eine offene Rechnung. Und Quan Chi wird sie begleichen. Macht ihn los. Scorpion. Wir können... Mein Name ist Hanzo Hasashi. Du hast meine Frau getötet. Meinen Sohn. Und dann bist du in meinen Kopf eingedrungen. Hast meine Rachegelüste gelenkt. Und mir so die einzige Chance genommen, sie zurückzuholen. Richtig, wir töten ihn endgültig. Fucking Quan Chi. Wir sind jetzt ein fairer Kampf. Alter, der legt aber auch ganz schön los. Wieso kam das jetzt eigentlich nicht raus? Ich hätte sogar meinen Spear unterbrochen. Komm jetzt her. Hör auf, falsche Seite, du Idiot. Ja, das war's. Crunchy. Alter Zauberer-Typ. Er schockt auch wieder alles. Das wird schwer. Nichts kann dir helfen, Crunchy. Machen wir ihn fertig. ... gemine you... ... ...